So, Lakitus Wolke zu vermieten. Setze ich an, um viele Münzen, ja okay, jetzt sei es wieder viele Münzen bekommen. Mindestens 120. Ähm, dann, komm mal her. Ah. Okay, warte, wir klappern diese Dinger am besten einzeln ab. Ich hab eigentlich schon gut Zeit, sag ich mal. So, jetzt noch 80 Sekunden, fast. Oh fuck, das Ding verschwindet, ja. Ah, okay, daran hab ich nicht gedacht. Ich dachte so, ja gut, die Zeit, ne, so lange hält das. Gut, das war natürlich dann sehr schlecht sogar, der Versuch. Gut, jetzt komm mal her, komm, Wesens, das kann man mir doch mal lassen. Dankeschön. So, ich fahre einfach mal einen Kreis lang, so entgegen diesen Dingen, ne. So. Und so. Gut, auf dem Weg nach unten, irgendwie noch Silber erreicht. Nicht schlecht. Yes, abgeschlossen. Also, das, jede von diesen Missionen macht bis jetzt mehr Spaß als diese erste, beziehungsweise eigentlich alles, was ich eben in Zeitmodus gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das hier am Ende auch schlimm wird. Aber, der Spaßfaktor hier ist ein bisschen besser. Zuerst muss ich, es haben alle Münzen innerhalb von der vorgegebenen Zeit, na gut. Alle Münzen? Oh. Okay. Da muss ich ein bisschen hart werden. Mist, da müssen wir noch auf den Boden sein. Okay, ich glaube, ich habe das strategisch schon falsch gelöst. Das kann man noch schaffen, oder? Ja, irgendein Hub draußen läuft ja richtig. Das ist ein kleines Scheiß, wenn es also auf den Mann. Ja. Mein großes Geheimnis ist, ich lebe nicht auf dem Land, man. Ja, ich wohne innen, mitten in einer Stadt. Und das merkt man auch manchmal. So. Münzenspuk im Geisterhaus. Oha. So, dann ganz freustig, so viele Münzen wie möglich. Okay. 135 muss ich. Ähm. Ich will nur erstmal die in der Mitte haben am besten, oder? Na, okay, dann nicht. Ach, kacke. Okay, ich habe es voll verkackt, ne? Klasse verkackt. Boah. Luigi muss sterben dafür. Das muss man, das ist ein Level, das muss man strategisch lösen. Nur, mir fällt jetzt nicht die Strategie ein. Moment. Ich würde sagen, ich zerstöre drei von diesen Steinen. Nehmen wir die hier schon mal? Dann geht's hier los. Okay, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen doof, weil. Na, wobei, man hat irgendwie Bonzer noch geschafft. War, glaube ich, dann doch noch okay, aber nicht wirklich die beste Idee, wie man das löst. So. Alles klar. Yeah. Und neue Herausforderungen. Es geht immer weiter. Meide die Münzen. Also jetzt wieder ohne durch. Ach, seht schon. Okay, eine habe ich schon. Das ist so ein Pech aber auch. Gehe ich denn hier lang? Hier ist, glaube ich, okay, oder? Ich weiß nicht. Ich könnte... Ui, Moment. So einfach. Boah, warte mal. Wie komme ich denn darüber? Ich muss diese eine nehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst schaffe. Fuck. Vielleicht will ich mich vom Bullet Bill töten. Ne, okay. Ich weiß gar nicht. Das ist ja ganz schön fies. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit Null Münzen schaffen... Ja, so schaffen soll. Okay. Die könnte ja... Ja, so. Eigentlich eine viel bessere Idee als alles, was ich vorher gemacht habe. Oh, Mann. Ich habe ja nur ganz kurz gehofft, dass es hier zu Ende ist. Aber nein, das muss ja weitergehen. Obwohl, hier ist zu Ende. Boom! Gold! Alter, was ist los mit mir? Ich habe endlich mal irgendwas auf die Reihe bekommen. Wie schön. Okay, Null Münzen. Gold. Das erste Mal seit... Habe ich überhaupt jemals Gold? Auch in einem anderen Modus. Habe ich da mal Gold geschafft? Ne, ne? Boah, aber das erste Mal, da ich was richtig gut gemacht habe. Ich besiege alle Gegner und sammle 40 Münzen mindestens. Und wenn ich im Boden bröre, ist vorbei. Okay, alle Gegner müssen tot sein. Ist das... ...wirklich die Bedingung? Na gut. Scheiße. Schon verkackt. Okay, warte mal. Äh, neuer Versuch einfach. Ich habe schon den ersten Gegner nicht getroffen, ja? War schon ein bisschen scheiße. Okay, warte mal. So, der ist gewischt. Fuck. Ey, das geht ja gar nicht. Okay, Moment. Moment. Ne, ich weiß nicht. Ich meine, wenn einer nicht getroffen ist... Was geht denn das? Die müssen alle tot sein. Das schaffe ich doch eh nicht. Wow. Alle von denen... Die bewegen sich ja. Und ich selber kann ja auch nur ein bisschen rumgleiten. Okay, warte. Ich fixiere mich drauf... ...mehr aufs Gegner töten als aufs Münzen sammeln. Dann kann ich das auch eher. Dann den hier. Dann den hier. So. Nur, ob ich jetzt wirklich an mein Geld komme, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ne? Könnte kritisch werden. Oh, nein. Fuck. Ah, Mann. Okay, ich hätte es im Leben nicht geschafft, da gleichzeitig 60... Ne, 40 hätten schon gereicht eigentlich. Ach, du Scheiße. Mist. Oh, wie ich die alle nicht bekommen habe. Wie freut ich mich an denen vorbeigann? Und an dem Gegner... Oh, fuck. Was? Nein, ich will nicht. Ja, meine Steuerung ist doch... Was? Was? Ich will doch nur dieses Level neu starten. Was wollt ihr von mir? Ja, neuer Versuch. Bitte. Das geht ja gar nicht. Boah, beide Bedingungen. Wenn ich wenigstens einherfüllen müsste. Okay, aber immer dieses... Mach das und gleichzeitig das, was irgendwie... Gleichzeitig der anderen Mission, die du vor hast, voll im Weg steht. Ja, neu starten. Wenn ich diesen Schwung gemacht habe, ist das glaube ich vorbei. Okay, also so weit, so gut. Ich glaube, auf die 40 auf jeden Fall sollte ich kommen. Aber komm, ob geht, ne? Ganzer Haufen sogar noch. Nein. Oh, fuck. Wieso hat der... Okay, mal kurz eine kurze Frage. Wieso hat diesen komischen Sprung eigentlich auf einmal in die rechte Richtung gemacht, ohne dass ich da hingedrückt habe? Es hätte mir sehr geholfen, wenn ich mal nach links springen dürfte. Nein, er macht auf jeden Fall den Sprung auf einmal komplett in die gegenentsätze Richtung. Das macht doch nicht mal Sinn. Gut, in dieser Runde sammle ich gut Geld, aber dann verk... Okay, einmal noch und dann geben wir auf. Wow, es geht echt gar nicht. Das sieht vielleicht voll einfach aus, aber das geht nicht. Da, schon verkackt. Tschüss. Ende. Ende. Level verlassen. Einmal hätte ich es fast geschafft, aber dann habe ich es verkackt. So, jetzt wieder ohne Geld sammeln. Im Eis. Wow. Okay, spuck mal dein Feuer. Ach. Gut, wir machen weiter. Ich habe echt alle drei von diesen Scheiß Münzen gesammelt, die da voll... Naja. Okay, also das ist, glaube ich, das erste Eis-Level, wenn man so kann das. Oh. Hoppala. Okay, ich könnte noch ins Ziel kommen, zumindest. Ach du Scheiße. Was war das denn? Er schmeißt diese Dinger und es ist in mir drin und ich bin dann tot. Ich bin froh, dass ich es so verkackt habe mit den Münzen. Habe ich mir jetzt noch mehr Mühe gemacht, wenn ich es geschafft hätte? Er ist viel frustrierender gerade gewesen. Okay, das muss ich mir merken. Am Ende kommt dieser Feuertyp. Und verarsch mich dicke. Nein, das hat... Oh, ich habe so einen guten Lauf gerade gehabt, ne? So ein guter Lauf war das gerade. Oh, fuck. Ey, komm. Alle drei Münzen. Das ist so ein Kopfratscher. Okay, ich bin fast zerstört. Okay, komm. Einfach durchrennen, das war der Trick. Ich bin stehengebi, das hat mich getötet. Hier muss ich auf jeden Fall stehen bleiben. Oh, die Münze dabei erwischt, leider. Wow. Aufwärts hier. Boah. Was? Wo hab ich die Münze... Wo war denn da eine Münze, die ich erwischt habe? Wo war denn da eine Münze, die ich erwischt habe? Ich habe die nicht gesehen. Ich schwöre es euch, ich habe die nicht gesehen. Wenn da eine gewesen sein sollte. Ich streite eigentlich deren Existenz immer noch ab. Oh, fuck. Boah. Boah. Okay. Boah, einmal hatte ich eben so einen richtig guten Lauf, wo ich keine Münzen gesammelt habe. Wisst ihr noch? Das war voll schön. Boah, jetzt irgendwie, naja. Ist das nicht mehr dasselbe. Gehre nicht durch, genau. Und gleich muss ich da irgendwo stehen bleiben. Genau hier. Oder ich springe einfach. Gut, hab mich jetzt leider eine Münze gekostet. Bzw. ich hab ja eine bekommen. Das sind unsichtbar, also nicht unsichtbar, aber die spawnen dann in mir. Die habe ich dann wieder gesammelt. Das kann ich auch sowas von wissen, ne? Die Dreckssäcke. Boah, wie gräudig das eigentlich ist. Ja, gut. Jetzt haben wir es ja einmal. Also die Münzen sieht man nicht, sondern die sind direkt in mir. Und das sollte man wieder vorausahnen. Und ja, mach das mal so nicht. Was für ne Gemeinheit. 200 Münzen über 0. Okay. Ich muss 200 Münzen sammeln. Oder 160. Wow. Das ist aber ein ganz schön großes Level. Also von der Ansicht her, ne? Okay, ist leider auch hier gefahren. Wow. Ist da unwirklich gefahren. Ja. Ich habe aber 50 Sekunden Zeit, ist das Problem oder so. Eigentlich Zeit hat man ja nicht. Ja, komm, die... Hier kommt sie. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Warten. Und weiter. So, halt viel mit Wandsprung und sowas. Schon mal... Silber. Ich könnte jetzt auch versuchen, da runterzugehen, noch ein bisschen mehr zu machen, aber... Ganz ehrlich, das reicht mir eigentlich. War okay. Ist ne coole Mission. Die mag ich auf jeden Fall mehr zu sehen. Also, von Fun Factor her. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich es geschafft habe. Und nicht direkt verkackt. Also, nicht direkt verkackt, sondern... Ich es direkt geschafft habe und... Nicht so lange gebraucht habe. Gut. Es gibt überall Aufzeichnungen, dann. Knochenbahn in... Oh, das sieht nicht nett aus, das Level. So viele Münzen auf dem Weg noch kriegen. Ohne diese Bahn schaffen. Ach, hier sind auch überall versteckte Münzen, weil die so im Dunkeln sind. Gut, hab ich schon ein paar verpasst. Ich glaube, Gold kriege ich auch nur, wenn ich perfekt schaue. Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich wirklich alle schaffen muss, um Gold zu haben. Die dann genau abgezählt sind. Oder vielleicht so... Ja, einmal nicht. Dann ist auch schon okay. Aber ich meine, jetzt habe ich ja kaum welche. Gleichzeitig muss ich ja auch darauf achten, dass ich das irgendwie überlebe. Das ist immer auch so ein... Zusatzding. Ah. Okay. Irgendwas war's denn so ein... Dingern? Aber ich glaube, da wird auch nur eine Münze drin sein. Ah, ne, ein Stern. Also gut. Über richtigem Spiel war es ja auch ein Stern, aber... Normalerweise kriegt man ja gar keine Pops in... Modus, Modus, Modus oder irgendwas hinlernen, ne? Wie viel... Ich meine, ich glaube, hier ist gleich Ende deswegen. Noch ein Stern. Noch ein Stern. Bitte noch ein Stern. Ah. Wow. Okay. Ich habe, glaube ich, noch gerade so Bronze geschafft. Oh. Okay, das muss ich jetzt auch noch hier schaffen. Na gut. Aber ich glaube, das war jetzt eigentlich auch nicht mehr schwierig. Gut, also ein paar Münze. Oh, oh. Gelingheit verpasst. Nicht schlimm. Hauptsache gewonnen. So. Also momentan komme ich ja relativ gut durch. Einiges, ne? Mehr oder weniger. So. Ich meine, es kommt ja noch einiges, ne? An der Wildsmeine. Hier so Sachen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach eine Pause. Und das hier noch alles. Und dann noch diese Run-Up-Rallys. Oder habe ich auch schon mal ein bisschen angespäht, ohne aufzunehmen. Hoppala. Und hier noch... Diverse und Boost-Mode. Ich weiß gar nicht, was das alles sein soll, ja? Das werden wir alles beim nächsten Mal rausfinden. Plus dann gibt es noch diesen zweiten Modus. Also ich glaube, es kommt noch... Obwohl das Spiel schon lange durch ist, noch einiges davon zu. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.